Das schleunigste Teil. Ich wurde ja damals beseitigt. Das muss ich als Ausdrücklichheit sagen. Wo kommt das überhaupt her? Das war ja früher mal. Es bereitet mir besondere Freude, dass Sie das jetzt rausstreichen können. Wo kommt denn das her? Ja, das war ich früher mal. Ja, ich weiß es nicht. Also, also, ja. Bosa Friede. Sehr zurecht. Nicht oder nicht mehr. Wie? Nein, nix. Das reicht nicht genau. Das reicht nicht genau. Das tut es auch. Nein, nein. Verlag Chemie, da meinst du? Ja, ja. Das ist nicht weg. Das ist das mit Zeitschriften. Das muss ich mal genau machen, gell? Na gut. Verregungsmöglichkeit. Dann, das war es jetzt gerade. Nein, dann, also, Tätigkeit. Wissenschaftlich, ja. Zeitschriften. Nein, da ist es gerade. Schauen wir mal wieder mit einer Chemistrie. Dann ist das inorganische Fündnisis. Also, das tue ich Ihnen inorganischer Chemie rein. Das sind Sachen, das ergänzige. Ja, das kriegen Sie, ja. Das stimmt, Herr Ausgab. Da gehen Sie natürlich noch. Zeitschriftenausgaben. Und was da noch wichtig ist. Also, ja. Dann bei den Akademien. Das lasse ich Ihnen da. Ja. Das müsst ihr. Also, ich weiß schon. Bayerische Akademie, sowas sollt euch rein, gell? Ja, ja. Wir sind gleich wieder weg. Das ist nett. Das macht jemand mal raue, wenn wir mit ihr. Das ist egal. An den grüßen Schütteln. Lassen Sie sich durch solche Bemerkungen beschreiben. Sie kriegen noch mehr von diesen. Jederzeit. Ja, jeden. Da wussten Sie ja, kommt. Das ist halt gestern. Und das ist richtig. Gestern habe ich jemanden. Gestern. Gestern werde ich jemanden. Sag mal, Sie sind so. Wenn man das rausgeben hat. Sonst kann ja nichts anderes jetzt rausgeben. Ach, sagen Sie, der Kerl hat das nicht erledigt. Das ist das Beste. Ich bin es gewohnt, alles auf meine breiten Schulden schieben zu lassen. Schipft. Über den sage ich, dem tut es weniger weh. Haltet euch nicht nach Unschuldigung. Ja, also. Herr Fischer, können Sie ja wahrscheinlich mal ein paar Dinge miteinander ausführen? Ja, das ist die ganze Zeit. Ich werde mich sehr verstehe, die sind getreuen Angehörigen meiner Universität hier. Die Leute, die das zusammenziehen können. Ja, ist klar. Ich habe auch die Sorgen, die es unterbriefen. Ja. Nun, ich kann also natürlich auch sagen, für Ihre Arbeit über Sandwich. Ja, persönlich würde ich auch. Wenn Sie mit einer Frage, können wir eben so gut noch mal nachstellen. Sie haben mit irgendetwas... Ja, ich verstehe. Ja, ja, ja. Ich glaube, dass wir der Gang da machen, ja, auch. Die kann man jetzt vielleicht jetzt warten. Ja, ja. Das ist ja gut. Gut, okay. Aber das ist ja ungekehrt. Das ist ja ein bisschen zu Wiener auch. Das ist ja immer noch nachher. Ich verstehe. Ich sage immer noch zur Not nachher, das ja tun... Das ist jetzt etwas. Das ist das Bessere. Das sind die erste KB-Verbindungen. Wie sieht das denn aus, wenn ihr da... Die liebe ich. Sehr schön, sehr schön. Wo wir damals verhandelt haben. Ich weiß wohl. Ich weiß wohl. Zur Frage. Also, die erste Frage wird sein, was ist Ihre Klaus-Klinik? Ja, und dann antworten Sie in einer Weise, die... Woher stehen? Die zweite Frage wäre, was ist der Nutzen in der Geschichte? Sprechen Sie vom wissenschaftlichen Nutzen? Ich meine, dann werde ich wieder versuchen, das zu interpretieren. Und meine dritte Frage würde und sollte dann sagen, was hat das irgendein Praktische bedeutet? Und da ist also zunächst mal, können wir vom roten Du-Klaus-Stoff sprechen. Das ist auch eine Frage. Ja, nur guck mal, es nimmt doch lieber so, das ist eine einfache... Ja, dann kommt Leitet-Reihtöne, Verbleihung und solche Sachen, oder? Oder zum Beispiel Ziegler-Klinik, da kann man auch noch ein Ziegler-Klinik. Ja, 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 das ist ein Ziegler-Klinik. Ja, klar, dann haben wir das erst. Nein, das ist praktisch hier, so fehlt man hier. Ja, natürlich, aber dann ziehen wir den Tisch rüber an. Bauen wir uns das jetzt erst mal vor. In der Natur gibt es bis heute erst ein einzig, das ist allergarnisch oder behindig ist. Wir müssen ein bisschen drüber ziehen. Wir müssen das hier drüber, einen halben Meter drüber machen, damit es eleganter aussieht. Wir wollen, wenn es hier angepasst, wenn es so hässlich ausgerollt, wenn dann eine einheitliche Fläche haben. Bitte, 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 nicht? Also beispielsweise Ziegler-Klinik, aber soweit ich noch weiß, wird doch auch... ...